Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mir einen neuen Bollerwagen kaufen und ich werde euch ein kleines Stückchen mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich bin jetzt gerade eine Station mit der S-Bahn gefahren und jetzt laufe ich zu meinem Ziel. Guckt mal, ich kann Bauhaus erkennen. So, ich habe gleich das Bauhaus erreicht und dort werde ich mir gleich den Bollerwagen kaufen. So, ich habe mir jetzt den Bollerwagen gekauft und die Verpackung, die werde ich gleich in diesem Mülleimer entsorgen. So, ich öffne das Ding jetzt. Oh, das ging schnell. Schaut euch diesen schönen Bollerwagen an. So, der Bollerwagen ist jetzt aus der Verpackung und jetzt muss ich die Verpackung klein machen. So, der Müll ist entsorgt. Es hat gerade so alles reingepasst. Und jetzt werde ich mir den Bollerwagen schnappen und den nach Hause ziehen. So, ich bin jetzt mit dem Bollerwagen zu Hause angekommen. Und wisst ihr, warum ich mir einen Bollerwagen gekauft habe? Damit ich mal wieder größere Einkäufe machen kann, ohne dass ich so viel schleppen muss. Mit einem Bollerwagen ist es einfach besser, denn einen Bollerwagen kann man ziehen und muss man nicht tragen. So, das war es jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.